Endlich mal wieder ein bisschen was zu trinken kaufen. Ich hab nämlich auch mega dorst. Halli, hallo! Ist hier jemand zu Hause? Ich würde mir gerne eine Pepsi kaufen. Vielleicht ja in diesem Schrank hier drin. Keine Ahnung. Hier irgendwo. Wieso? Was ist hier? Was ist denn jetzt los? Sag mal! Was passiert denn hier gerade mit dem Einkaufsladen? Und was ist mit den Autos? Wow! Der crasht hier komplett rein in den Einkaufsladen. Ich wollte mir doch gerade nur eine Pepsi kaufen. Bitte macht, dass es aufhört. Lass jetzt ein Like und auch ein Abo auf dem Kanal. Das war... Was driften die hier rum, damit die Autos alle abbauen? Und auch hier die Autos. Die scheinen ja alle komplett durchgenäht zu sein. Guck mal, die hängen da unten sogar fest. Nein! Bitte nicht der von der Baustelle. Nein, ich hab noch letztens erst noch... Oh Gott, ich bin aus der Seele in die Baustelle reingefahren. Jetzt crasht hier sogar der Ferrari auch noch rein. Was ist das hier alles für ein Durcheinander, sag mal? Selbst da hinten das Boot. Selbst das ist irgendwie komplett irre geworden. Oh Gott, hilf mir, das Auto kommt! Sprung! Wow! Was passiert hier? Oh, Hilfe!